Willkommen zurück zu Spindersail Blacklist. Immer noch hier in der Mühle in London. Hier unten rennen die Gegner rum. Sie wissen, dass wir hier sind. Sie haben die Leiche gefunden. Sie suchen uns. Doch wir sind natürlich besser und cleverer. War da hinten jemand? Schauen wir mal. Ah, wieder diese kleinen Drohnen. Hier ist nichts zu sehen. Okay, Moment. Irgendwo da hinten rennt immer noch jemand rum. Der Mann, der die Drohnen schickt, ist hier. Denke ich mal. Oh shit, hier ist ja auch einer. Und damit wurden wir entdeckt. Das gehört alles zu meinem großen Plan. Denn, jetzt wissen wir, wo alle rumrennen. Drei Männer sind hier unten. Einer mit Drohnen und zwei mit Guns. Dann gehen wir hier rein. Gar nicht gut. Was meinst du, Sam? Oh, der Taser. Der reicht nicht. Keine Drohnen in der Nähe. Einmal getasert. Komm schon. Zweimal getasert. Neue Energie. Sehr gut. Ich höre die Drohne. Zwei Punkte sind hier noch. Der eine ist über mir. Denke ich mal. Ah, hier drüben. Da sieht man ihn. Okay, den können wir hier lassen. Ich will den Drohnen, Mann. Ich will den verdammten Drohnen, Mann. Ist die Drohne hier oben? Was können wir hier tun? Den Generator lahmlegen. Irgendwas habe ich getan. Okay, den Fernseher hier, den müssen wir leider... So. Den letzten Mann, ich sehe ihn. Er geht wieder nach oben. Aber hier oben ist noch jemand. Ach nee, hier oben ist die Drohne. Die Drohne kann die Treppe nehmen. Ich glaube es ja gar nicht. Aber wo kommen die Drohnen her? Einer fehlt noch. Unzerstörbar. Vielleicht irgendwie so ein bisschen von vorne. Jetzt geht's. Okay, wir sollen immer noch hier drüben hin. Wo komme ich denn hier oben hin? Ist auch eine Idee. Aha, sieh mal einer an. Irgendjemand hat hier oben seinen Datenträger vergessen. Und wir haben ihn gefunden und mitgenommen. Was sind wir für eine gute Seele. Okay, die Drohne ist hier drüben. Ignorieren wir. Oh, wow, 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 wow. Ich höre irgendwas. Wow. Mann, der Fernseher gerade, der stand unter Spannung. Shit, was kann der? Hinter uns war die Drohne, ha? Ich muss ganz schnell fliehen. Okay, die wissen, dass ich hier bin. Drei Mann rennen hier rum. Drei Mann und eine Drohne. Die Drohne kommt, die Drohne kommt. Die Drohne dreht durch. Die Drohne ist wieder weg. Taser raus. Okay, weiter geht's. Keine Sicht. Irgendjemand muss hier sein. Oh, hier drüben Munition. Sehr gut. Munition können wir sogar gebrauchen, denn wir hatten ja so ein bisschen was vom Taser schon verholzt. Laptop hier unten. Zwei Gegner hier drüben. Ich hab Energie. Der macht ein Krokodil. Oh nein. Oh nein. Wieder so ein gepanzerter Söldner da unten. Was haben wir denn hier? Kann man so einen Söldner tasern? Ich denke nicht, wegen der Rüstung. Wäre eine coole Idee, aber ich denke, das könnte er wegstecken. Okay, wir warten hier. Markieren den. Der Mann mit Helm. Ich muss hier drüben hin. Erstmal die beiden hier wegholen. Komm schon, Baby. Oh, er kommt. Ich bleib hier. Ich warte hier in der Dunkelheit. Yes! Mann, das lief gut. Das lief richtig gut. What the? Okay, Munition brauche ich nicht unbedingt. Aber den einen da drüben, den könnten wir eliminieren. Und den Laptop, den wollen wir noch. Der bleibt wohl hier trennen. Dann müssen wir hier rein. Alles klar, hier drüben hin. Hier war niemand. Hier war niemand. Ja, könnte sein. Und meisterlich. Meine Daten läuft. Okay, ich bin hier. Rimm, ich bin im Büro. Wer auch immer hier war, hat es eilig. Iranische Dokumente. Tippe auf Kunstbrigaden. Das würde Ihren Besuch bei Nuri erklären. Scanne jetzt. Schick das Zeug zu Coldwall, so schnell wie möglich. Scheiße. Rimm, sieh dir das an. Die markieren Todeszonen für einen Angriff. Was ist das? Atomwaffe? Schmutzige Bombe? Schwer zu sagen. Ich schicke dir ein Ladungsverzeichnis. Die letzte Ladung? Ja, das war alles. Gut, alles einsteigen. Wir hauen ab. Die letzte Ladung wird abtransportiert. Negativ. Wir müssen rausfinden, wo die hinwollen. Ich bringe einen Sender an der Ladung an. Die tragen Schutzanzüge. Du weißt nicht, was da drin ist. Ich habe sicher schon Schlimmeres abgekriegt. Wenn man dich sieht, ist die Mission gescheitert. Du vergisst mit dem du redest. Kein Gegner verletzen. Unentdeckt bleiben. Und der Rauch bringt mir neu. Ich muss hier unbedingt einen Peilsender anbringen. Ach, da oben ist die Drohne. Boah, die fährt hier oben rum. Ey, die Sache wird ja immer mieser. Was die hier für Methoden haben. Okay, wenn sie alle hier stehen, sammle ich sie hier drüben. Okay, sie drehen sich alle um. Das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Okay, hier wieder nach unten. Alle sind abgelenkt. Das nächste Ding fliegt da hinten hin. Komm schon. Sam, warte. Die Frachtliste, die du gefunden hast. Bestandteile für eine chemische Waffe. In der Form von VX-Nervengas. Woher wusstest du? Hier ist ein Hinweis. Eine Bombe in einem Schutzbehälter. Ich werde mal reinziehen. Sam, wenn da ein Schutzbehälter ist, haben die Angst, sich was einzufangen. Ich muss den Peilsender dort anbringen, wo keiner nachsehen würde. Ein paar Mikrogramm VX können bereits tödlich sein. Sam, wie geht's gut? Sender angebracht. Ich verschwinde. Können wir sie jetzt töten? Sehr gut. Du bist erstlicher, wenn der LKW unterwegs ist. Ich bin leiser. Ich kann immer noch nicht töten. Oh Gott. Alles klar. Dann, Moment, komme ich hier irgendwo nach oben. Hier drüben. Wir nehmen wieder denselben Weg. Wir sollen ja wieder hier hin. Ne, wir sollen hier hin. Und natürlich stehen alle wieder hier. Genau da, wo ich hin will. Als würden sie es wissen. Wer ist das? Louis? Der Fahrer? Okay, Louis. Teamwork. Wie soll ich denn hier reinkommen? Kann ich irgendwo hier oben rum? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich soll hier rein. Okay, ich bleib mal hier. Okay, ich bleib mal hier. Noch meins runter. Und wir sind hier unten. So, jetzt, der hier muss funktionieren. Hinter mir ist niemand. Der ist abgelenkt. Und komm schon, Baby. Baby. Yes. 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 Okay, wir dürfen töten. Nur nicht den hier. Der macht sich ein kleines Feuer. Der war ja noch am Leben. Vielmehr, er war noch nicht benommen. Was ist hier los? Ich bin benommen. Der staubt da unten. Okay, jetzt müssen wir ihn fixieren. Dann hätten wir ihn. Okay, die nächste Runde. Moment. Hier drüben kommt jemand. Hier ist jemand. Mein magischer Taser, mit dem ich nicht zielen kann. Nein. Oh Gott. Okay, zum Glück bin ich wieder hier. Naja, wenn man einmal gesehen wird, dann ist es eben schwierig, irgendwie da noch rauszukommen. Egal, jetzt holen wir uns den ein. Natürlich mit dem Taser schön getasert. Und dann holen wir den hier. Diesmal werde ich ein wenig schneller sein, obwohl, da brauchen wir gar keinen Taser. Den kriegen wir so. Können wir auch direkt mal mit nach da drüben nehmen. Dann hätten wir den los. Ja, genau hier hin. Eine gute Stelle. Okay. Somit hätten wir volle Munition. Also einer. Oh, wow, 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 wow. Ey, die rennen hier aber auch rum. Kein Problem, kein Problem. Immer schön rein mit dir in die Bude. Okay, jetzt nochmal das Ganze. Damit hätten wir zwei eliminiert. Hier drüben hätte ich ganz gerne Dunkelheit. Kriegen wir es hin? Kriegen wir es hin? Shit, immer wieder daneben. Ein bisschen zu weit weg, ein dämlicher Winkel. Okay, der hier oben, den will ich haben. Den Mann will ich haben. Sind wir vergiftet? Denn ich werde immer wieder so ein bisschen benommen. Komm schon, wir warten hier. Okay, er geht weg. Ich habe ihn markiert für den Notfall. Aber ich spare meine Energie und taser den Mann. Der nächste Mann hier unten wird getasert. Okay, weiter geht's. Oh Mann, so eine gute Beleuchtung hier. Oh nein, schon wieder einer hier mit Helm und voller Montur. Ja, hier schießt jemand. Ach komm, drauf geschissen. Ich gehe hier unten hin. Mann, ich wusste es. Wir sind vergiftet. Wir haben es ja gehört. Wenige Milligramm. Runter, runter, runter. Okay, wir beilen uns. Oh nein, hier rennen Hunde rum. Hier rennen sogar richtig viele Hunde rum. Ja, leck mich fett. Nein, ich bin benommen. Okay, wir müssen weiter gehen. Keine Hunde mehr in der Nähe. Was haben wir hier drüben? Ich kann ja gar nicht mehr richtig zielen. Deswegen habe ich immer daneben geschossen. Natürlich, ich war vergiftet. Von wegen kein Skill. Ich bin halb tot. Wenige Meter, wenige Meter. Tachyp, 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 Nol, Tachyp, K.D., Sam. Alles spricht dafür, dass du mit Nervengas in Kontakt geraten bist. Mir geht's gut. Na, von wegen dir geht's gut. Komm schon. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Oh Mann, ich bin am Ende. Ich bin am Ende. Ich kann gar nichts mehr. Am besten wir gehen hier rum. Meine Brille geht noch. Okay, komm schon, Sam. Weiter gehen. Denk an Sarah. Der Sauerstoffgehalt im Blut sinkt, Sam. Du brauchst einen Arzt. Mir geht's gut. Ich bin topfit. Mir ging's nie besser. Komm schon, da drüben ist unser Mann. Noch ein paar Meter. Negativ. Ich brauche Deckung. Miese willkommenes Party. Was hab ich befohlen? Ich dachte nur... Wird dir ne Lehre sein. Nuri hat dich hergeführt. Dann hast du nur Freunde beim Geheimdienst. Gratuliere. Beantworte die Frage. Ergib dich. Vielleicht lasse ich dich leben. Wer bist du überhaupt? Amerikaner, so viel steht fest. Aber was ist das? Ein Karambit. Haben wir ihn über sie trainiert? Spezialkommando. Aber du bist niemand, den meine Freunde kennen. Ein Mysterium. Wer bist du? Der Mann, der dich erledigen wird. Und warum? Weil ich... ...über dem Gesetz stehe. Weil ich nur töte, wenn es notwendig ist. Aber dann... ...bin ich doch nicht... ...anders als du. Du ermordest... ...undschuldige Zivilisten. Weil deine Präsidentin... ...Männer wie dich... ...in Länder schickt, ...wo ihr einfach nicht hingehört. Verzööle. Wo ist dein Team? Das ist eine Mark, Herr Roth. Hast noch ein Schuss übrig? Jagst sie den auch in die Wand? Ganz sicher. Ich brauche nur einen. Knall ihn up, Briggs. Negativ, Sam. Tu es. Erschieß ihn. Briggs, mach was. Sam's Vitaldaten brechen ein. Was dich erzählt. Geh, hol dir Shodik. Ich befehle es. Sam braucht weit mehr als nur Atropin, wenn er überleben soll. Schaff ihn aufs Dach. Okay, jetzt zusammen mit Briggs. Alles okay? Verschwinden wir von hier. Bin immer noch ziemlich benommen. Scheiße, was sind das für Typen? Hochgranate! Wärmebildgeräte! Es sind zu viele für einen Frontalangriff. Ich lenke das Feuer auf mich, du flankierst sie. Oh Mann, ich hab meine Brille verloren. Richtig mieser Tag für mich. Okay, Spezialeinheiten. Der Mann hat Freunde. Wieso haben wir keine Freunde? Natürlich, wir haben Briggs, aber sonst? Okay, umgehen wir sie. Lassen wir hier drüben hin. Ich hab Energie. Die Jungs, die murksen wir ab. Aber schön von hinten. Boom! Der hat gesessen. Und der auch. Tja, Jungs. Scheint wohl doch mein Tag zu sein. Ein Helm, hä? Bringt leider null. Okay, wie viele kommen hier? Mein Taser, den hab ich noch. Dann versuchen wir's. Yes, funktioniert. Ich liebe dich, Taser. Okay, noch mehr von denen. Yes! Okay, ich hab keine Brille. Ich kann hier nix sehen. Der Rauch hier könnte zum Problem werden. Okay, schon wieder Rauch. Und der nächste Mann ist weg. Wo? Hier drüben. Ich hab ihn. Okay, weiter geht's. Befick dich, Sam. Gesichert. Alles gesichert. Grim, Infra-Hopal-Sender aktiv. Hubschrauber unterwegs. Hier ist dein Messer. Sam! Wir hatten's beenden können. Wir hatten's, Tatek. Was hättest du getan? Ich hätt den Job erledigt, Briggs. Nichts ist wichtiger als das. Weder du, noch ich. Gar nichts. Hände weg! Du bist raus. Das war deine letzte Mission. Oh Mann, Sam ist ein harter Mann. Briggs wollte ihn retten. Hat er auch getan. Dennoch, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Seht aus, dass sei die Überweisung da. Und Tschüss!